Die Gong-Show mit Götz Altsmann und vielen Interpreten, die ihr Glück auf der Bühne versuchen. Aber aufgepasst! Gong und Tschüss! Als gnadenloses Jury-Trio Isabel Trimborn, Peter Nottmeier und Ingolf Lück. Jeden Mittwoch 22.30 Uhr eine Show mit Witz, Spaß und sensationellen Attraktionen. Einfach umwerfend! Die Gong-Show Mittwoch 22.30 Uhr bei RTL Plus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017